Ich will einen Oberbürgermeister, der sich für faire Bildungschancen für alle einsetzt. Ich will einen Oberbürgermeister, der Arbeitsplätze sichert und neue schafft. Und wir wollen einen Oberbürgermeister, der sich wirklich für uns Familien einsetzt. Ich möchte als neuer Oberbürgermeister für Sie da sein, Sie ernst nehmen, Ihnen zuhören und vor allen Dingen für Sie und für diese schöne Stadt hart arbeiten. Gemeinsam können wir die Zukunft unserer Stadt gestalten. Wählen Sie Joachim Wohlbergs zum neuen Oberbürgermeister und stimmen Sie für die Kandidaten der SPD.